Waren Sie auch in Berchtesgaden im Hauptquartier? Als ich bei Burman Attributant war und so, Burman hatte, oben auf dem Obersalzberg, hatte er nicht nur sein eigenes Haus und Speer, sondern er hatte auch eine kleine Dienststelle da. In dieser Dienststelle waren zwei Sekretärinnen, das Haus Hoher Göll. Es steht heute noch. Und ich hatte da auch mein Zimmer. Im Berghof wohnen wir ja nicht, konnten wir nicht wohnen. Und dies war also praktisch nur 100 Meter vom Berghof entfernt. Reichsleiter Burman war der unumschränkte Herrscher auf dem Obersalzberg, der die ganzen Bauten eingeleitet hat und auch über die Gelder verfügte. Adolf Hitlers Spende der deutschen Wirtschaft. Auf geht's! Auf geht's!